Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen wunderbaren Gästen. Sebastian als Grischa. Annelie als Hilde. Anna-Ella alias Sarah. Demna als Radka aus Bulgarien. Und René als Clown und Traumtänzer. Und nicht zuletzt bei Dennis, unserer wunderbaren Tontechnik und Lichttechnik heute Abend. Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Und wir verabschieden uns mit einem Song. Bisschen kitschig, aber macht nichts. Da können sich alle Feuerzeuge hochhalten. Das passt, glaube ich, ganz gut. Das passt, glaube ich. Das passt, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020